Mein Leben gähnt mich an wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben soll. Aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Die Menschen machen mich konfus. Ich bin in der Kreuz zum Fabiarum. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Denn entweder verheiratet sich mein Sohn oder nicht. Valerio, hast du es gehört? Nun, sie soll König werden. Das ist eine lustige Sache. Aber warum schlägt man einen Nagel durch zwei Hände, die sich nichts sucht? Was hat meine arme Hand getan? Au! Aber! Aber, 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 aber! Der Weg zum Narrenhaus ist nicht so lang. Er ist leicht zu finden. Gott sei Dank, dass ich anfange mit der Melancholie niederzukommen. Leer aus. Das war auch kein Schleiß, Mensch. Komm her. Und jetztربiah. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020